hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von hero bryant menschen wir haben in der letzten folge waren wir ja mit luca der ist auch dabei in der letzten folge sind wir hier im tauschgang haben noch zu Ende gehandelt wir haben da auch schon da hinten einen skelettenbrot getötet und genau geht's los in dieses riesengeläude und das hier ist diese menschen und alles was ich habe meine pfeile hinten liegen lassen moment ich muss mir die erstmal wiederholen bitte luca lauf nicht weiter ja ich kille nur das skelett eigentlich wollte ich das mit dem bogen killen bis es mir dann aufgefallen hat oh keine pfeile aufgefallen habe ja aufgefallen ist halt ich habe mehr pfeile an dem verschwendet als ich bekommen habe ich bin leider 25 ich bin level 13 kommst du ja ich bin ja die tür sieht allein schon geil aus wie die riefentür so muss man alles systematisch da machen und wird von ihnen attackiert ich halte systematisch mit dem bogen zurück ja ich halte sie systematisch schwer zurück so systematisch wie man sich das wünschen würde das gibt es leider nicht scheiße boah fucker boah hier packt einer boden der mich boah moment ich glaube ich habe gerade eine neue hose gekriegt ja ich habe ein diamantschwert dein daily sind so ja das habe ich auch gerade irgendwo hier ist noch eine kiste rotten flash und potions gut ähm was ist das eine healing und einer regulation äh regeneration so so den kommen wir auf jeden fall da behalten acht bis zwölf ach acht bis zwölf gut das diamantschwert wird zu sich eh sicher gleich geboten als ein enderman scheiße der andere zu finden darf nicht haben vorsicht zombie ich gehe hier mal ein stück hoch und guck mir guck mir mal was da rein ja das kann ein zombie runter flogen wow äh ah wie viel leben haben die die viecher wow was ist hier ist so ein starker zombie mit äh kompletter die rückwärtsung ah ja ah das ist ein zombie bin ja ja ich habe noch eine halbe fährt das heißt die sterbegleichen vor ja ich habe gerade alle auf mir ja ins gelett dahinten liegt gerade der aufdichtige okay bin ich gleich tot da kommt noch gleich einer oder so einer nein sie ist nicht so ne ok mal den soll das unten muskel zu fressen haben kann gar nichts ich kann ich hab noch eine halbe fährt ja aber nein den boss fight machen wir noch nicht oder ja noch nicht sollten wir erstmal aufklären alles was da hochkommt so genau und ich habe einen gold nugget bekommen ich nicht gemerkt 8 timer neu starten ne ja während schlecht also ich weiß auf jeden Fall dass ich die map schon mal gespielt aber ich finde es trotzdem noch also ich esse schon sehr lange her wenn ich sie gespielt ja ich kann ja auch nicht da kommt ein zombie ja scheiß auch auf das auf das zombie so ich will noch voll generieren ich gehe noch auf die andere seite und guck mal was da noch so ist ok weil hier gibt noch hier sind noch treppen und so n scheiß und wege und alles ich hole mir den mit dem bogen ich hole mir den mit dem bogen ich hole die die skelette ja aber faktisch noch so ein schwarzes so ich muss was fressen oh ich habe eine ganz gute chestplate bekommen neun armer auch neun armen läuft boah ich habe zwei neue schwärter bekommen zweimal dasselbe was jetzt schon habe nur halt keiner ja läuft doch bist du da einen äh einen balkon entlang gegangen ja aber gehen wir mal zum bosskampf oder da geht es ja schon weiter ja ok dann wollen wir wieder zurück oh ah wie das immer schreit so ah ich muss erstmal kurz was fressen und das ist sogar ein resource pact das heißt da äh oh oh wow ja lass die mal in ruhe ist ein enderman auf mich aggressiv da kam so ein schicker gescheitert da habe ich ihn einfach mitgriffen weil ich mich erschrickt habe ja ok das kill den halt meint nur schwerter und so was gedroppt und neue schuhe für mich dann ist noch ein komisches viecher aber lassen wir die mal ja und geh mal zurück ich muss jetzt noch zu rechnen alles immer einsam ja ich auch lass mich noch zu ende recken aber bis wir da drüben sind geht sie ja ich bin jetzt halb voll gereckt wollen wir ja nein ich will schon ganz wow der enderman kann sein dass der enderman seine farben wechselt mhm ah da ist er komm die drauben aber keine enderperlen das ist voll behindert doch hab ich schon den willkommen ich nicht glaub ich aber irgendwie wurde die anscheinend äh wir hungern voll schnell irgendwie ja soll ich jetzt äh starten ähm ja ähm was war jetzt blind ist im group oh wo ist der 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 der brennt mich ab ja ich weiß bei mir lag der server gerade komischerweise kann sie genau und so kann sie sich genau also bei mir lagts nicht genau wow wir sind einfach unsichtbare mit nur so üh ja ich weiß ja ich fange unter der map oder jetzt nicht mehr na na oh fuck ich brenne ich kümmere mich um ein feuer kannst du dich um die pumpkin zu kümmern Die sind voll scheiße zu treffen, die Pumpkin. Wow. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Die überhaupt nicht, ich weiß nicht, ich bin da hier. Wow, wir haben einen. Ich treff die wieder nicht, die Viecher. Na ok, ich hab's doch überlebt. Ich kann die Viecher hauen, aber ich mach denen wieder keinen Schaden. Hä? Ich kann die Viecher wieder hauen und mach denen wieder keinen Schaden. Doch jetzt wieder. Oh. Oder bist du das? Nein. Aber du lächst auch ein bisschen da rum. Ja, wie gesagt, weil du lächst. Ich bin so scheiß tot grad. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich schließe mal so ein bisschen Internet und so ein Scheiß. Kannst du mir ein bisschen helfen? Moment, ich hab gerade Internet geschlossen. Ich komm mir jetzt. Ja, du stehst nochmal da oben. Ja, jetzt. Ah, jetzt. Wow. Was war das gerade? Wo ich in Polen gekommen habe. Keine Ahnung. Hast du auch die Disque bekommen? Oder wie soll ich das gerade nochлось? Ja. Lebt ihr noch, zarthole. Aber wir lassen die noch. Ich will nur mit ein bisschen legen. Das reing. ich wozuhelle ist er mann kräfte Anseite die Kinder ein also wenn ihr ausgibt wenn ich hier achten waren wo ist die person wirklich hier oben ist auch nichts also ich kann ja auch nicht drüber blicken ach mann wetten dass jetzt ein bug der jetzt irgendwie auf der map geglitscht oder so könnte irgendwie so noch mal ein knopf gedrückt ja das ist echt interessant punkt 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 also hat sie doch ja wie schaut das so komisch aus ist oder bitte schaut aus wie keine ahnung war es immer hier soll es mal an dessen dudelsack es ist ja wo so ein dudelsack von einer kohle unterscheiden oder von keine ahnung was geht ja nicht so wir haben geschafft okay es war doch diese komische wieder person und wird rüber gehen ja kann man schöne musik ja gehen wir da in mitgliedert sind schon wieder genau so ein stopp an die Brot ja nur um das Zeug ist ein brauchst bekommen die eigentlich immer die ganze Zeit weiter das sind bis dort noch mal kommen oder wo bist du nein ich bin er ich bin mitteldenkstens also dann in einem in der Bücherei und hier ein kleines Zombie ähm also du bist da rauf gegangen dann äh rauf oder hinter dir wo ah hier 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 soll ich dir kommen ja ja ah ja ja schaut so aus ja oh bei mir lag das einfach so ich backe unter die map ich fall unter der map äh drauf ja ich weiß nicht woran das liegt aber man upload ist glaube ich auch nicht so im Arsch oder so aber ich bin jetzt da oben wow fuck das ist so ein fettes Viech das ist so ein das Pigment fuck oh was hast du jetzt gemacht ich hab die Qualität ein bisschen runter gedreht vielleicht lag das daran dass er mir irgendwie deswegen zu viel Ding gezogen hat oder so scheiße äh kannst du dich mal um den Pigment kümmern TS hab ich nicht mehr mit der 23er wo ist denn der wann okay jetzt lagts du stehst bei mir herum bei mir lagt der Server extrem hörst du mich noch ja ja ich kann durch die Zombies durch oder durch die Viecher durchlaufen hast du das A gesehen jetzt nein ja jetzt ok lag das bei dir auch oder wie nein aber ich überprüfe nach der Folge noch äh mein Mann upload pink also upload denkens äh wie das ist hab ich da jetzt irgendwas bekommen was ich brauchen könnte oh Mini Zombie ja die sind scheiße oh ich bin tot ja das ist voll scheiße mit so einem scheiß laggen wie lange haben wir jetzt schon wir haben jetzt ähm keine Ahnung wie lange schon aber ich kann nur sagen wie lange wir noch müssen sechs Minuten noch also sprich ich fast zehn Minuten als neun Minuten boah boah da war so ein kleiner Zombie oh ich hab ne schöne Testplate bekommen oh beinah schon wieder gestochen boah das haben oh ich glaub ich bin ich glaub ich bin hier unten ich glaub ich bin hier unten ich glaub ich bin hier unten ich glaub ich bin hier wo ich nicht hin sollte ich bin einfach runter gejumped in der Vigothek bin jetzt unten bei dem in der Küche ja ich bin nach oben ich bin nach oben oh ein goldener Apfel und ein Cookie und der Testplate mit sieben Armor ist doch nicht wirklich äh nötig ah ja die Kiste ist ja schön verschlossen äh gut dann leg ich mal ein bisserl von der schlechten Rüstung ab die ich eh nicht brauchen werde wahrscheinlich mich greift einfach nichts und niemand an das ist total geil äh so apropos mich greift nichts und niemand an aha ich kann nicht mal respawn das deck zu sehen oh scheiße äh Kohle brauch ich auch nicht wirklich oh äh er hat was ist für ne Chestplate ich bin vom Server geflogen wenn man es mit dem Ort haben wir schon mal ja und jetzt bin ich wieder drauf und jetzt kann ich wieder er doch jetzt kann ich nicht wollen und das hängt schon wieder ja ok nun unterbrechen kostet auch noch mal ne ich bin wieder da es geht ja na ich probiere trotzdem noch über meine Pink also ich schau mal ne aber jetzt läuft ja ich schau trotzdem mal nach wie meine Pink ist nein jetzt lass noch diese Folge noch gerne mal äh was ist für ne Chestplate ich habe die äh ja wie viel äh sieben ach sieben ich hab ne neuner ne halbige durch ja ich komm gleich zu dir ich will sprechen also ich bin ich bin oben dann zum Gang gegangen und da ist der nächste Boss äh der Hero ah der Hero oh der Hero ist da ok nein da müssen wir gleich eh noch irgendwas machen davor ja dann komm mal wieder runter aber wo bist du ich bin ah ich glaube ich weiß nein oben ist eh noch etwas zu der Spinne ah gut dann hier kriegst du die Chestplate ja was für ein Schwert hast du ja das äh Diamantschwert das was äh 9,5 Attack Damage macht ok also 9 bis 13 das da ist ein Zeug ja ja gut holen wir da mal die Tür auf so so das ist auch gleich weg sehr schön ähm naja dein Handy ja ich hab grad meine Mutter hat mir grad geschrieben ich soll gleich mit dem Hund raus ahja ok das hört man also wenn man so ein gutes Programm hätte es das ganze entziffern könnte das ist grad echt Ork bei dir ja das ist echt Ork ja ich hab mein Handy jetzt weiter weggelegt jetzt müsste man es eigentlich nicht mehr hören ja gut ich find's immer so witzig irgendwie ich hab mein Handy äh an die ah hier war nix bei das ja jetzt hier ist ein weiteres Bossfalt kommst du mir? ja ich weiß nicht wo du bist da wieder Richtung Balkon raus ah am Balkon wieder? na na äh bleib mal stehen da kommen wir da zurück wo ah hier warte mal wie lange haben wir noch? ne also hier ist ein Boss das weiß ich wir haben noch zwei Minuten wollen wir dann den Boss noch anfangen oder den lieber in der nächsten Folge ja doch der dauert nicht zu der dauert nicht zu lang aber wir können noch in der nächsten Folge machen Jan mach mal einen Boss pro Folge ja sonst rushen wir hier einfach so durch die Map durch das glaube ich ja auch Kissen nichts Blut nichts Blut ja danke so die ist so gut um den Dings uns gemusst oh hier ist der Boss ja eben gut dann you can use your weapon to cut spider webs oh okay die A-Reiter des Spider kommt nächste Folge Moment dafür brauche ich ja warte mal was ich bin einmal kurz mehr ins Abday machen geht warte auf mich nein niemand wo bist du wo bist du pfff das hat sich das kann ein bisschen übersteuert ähm ein leichtes Kratzen im Hals und dann kam auf einmal dieser fette Hust darauf dachte ich mir so nein so habe ich anfangen ich habe schon ein Font-Nail ich auch dann treffen wir uns hier über die Spinne Moment Moment ach dieses Skelett hol ich äh dieses Zombie hol ich mir noch wo bist du ich bin unterwegs ich bin wieder in dieser Mitte wo die Treppe hochführt aber ich bin auf dem Weg für dir ich habe kein Fleisch mehr ja ich auch nicht ah doch noch drei hab grad alle oh ja noch fünf Cookies ah nö ach lol dann muss ich noch drei na 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 ich hab 28 Rottenflash ja stimmt gehen wir nochmal zu dem wollen wir jetzt noch in dieser Folge oder äh weißt du wo waren da noch irgendwo ja ok ja doch gehen wir noch schnell hin das ist mal jede Folge dort aufhören das passt ich bin vor dir da ja hier ist noch ein Zombie ich weiß gar nicht wo es runter geht ich jump einfach die ganze Treppe wie verrückt da runter so mein timer vibriert gerade hörst du das nein so sicher ich sehe dich nein ich bin erster ja wow es ist nicht schwer wenn du irgendwie 100 Meter Vorsprung hast äh ist das ein Zombie ja ein da sind zwei Aschloch ich sterbe hier draußen wegen dir fuck die machen die Villager kaputt die machen die Villager kaputt die machen die Villager kaputt Tür zu boah verdammt ah die haben ah nein ich glaube das sind eh invincible die Dinger so ich hab wieder ein paar Steaks aber ich hol mir jetzt auch ein paar wenn ich gleich da bin irgendwie Potions brauche ich eigentlich eh nicht ich hab auch noch zwei Potions die ich nicht unten hab so ja ich hab noch einige Potions also ich hab ey nichts abschießen also ich hab noch drei Instant Half 2 noch eine Regeneration 2 noch eine ah eine Berserkung 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 hab ich plus 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 260% attack damage na läuft plus 40% speed episch ja generation 2 und healing 1 noch gut dann äh verabschieden wir uns hier wieder wir schauen fast gleich aus die ja das ist anders komm mal lass mal hier hin so vor den Kamin so ja genau so vor den Kamin so wir wärmen unsere Ersche auf ja genau oh ja so und dann verabschieden wir uns komm meine Augenfarbe ist nur anders als deine und meine 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 Lippen was das sein soll oder bar ja desto ging dann Haben 200 Milliarden ja ja verabschieden wir gib wir bedanken uns fürs Zuschauen es kommt mir nicht so ber difícil bei mir vorbei es geht zum nächsten Sachen die